Mit dem YOLO Sofa haben wir Design, Funktionalität und Eleganz in ein Sofa gepackt. Wir haben das Design hier bei diesem Modell klassisch zeitlos gehalten. Eine spezielle Zielgruppe gibt es nicht für das Sofa, das Sofa ist für alle. Man muss eher mal umgekehrt fragen, welche Zielgruppe trifft man mit diesem Sofa nicht. Das Sofa wächst mit, heute in einem Single-Haushalt, nächstes Jahr in einer Familie. Und es kann weiter genutzt werden, sowohl als Schlafsofa, man hat ein Gästebett, alles integriert in einem Sofa. Täglich fragen die Kunden beim Sofakauf. Rekammiere rechts, Rekammiere links beim Ecksofa, Einzelsofa, Sofa mit Schlaffunktion. Man kann ein Daybett draus machen, also das heißt man kann auch als Tagesbett, Liege es nutzen. Es scheint fast grenzenlos, was wir mit dem Sofa machen können. Auch hier wieder mit den beweglichen Kissen, es ist im Prinzip sehr kubisch, geradlinig, das Grunddesign. Und die Kissen geben halt das gewisse Etwas da mit rein, dass man vom Design her auch ein bisschen was Ausgefallenes dann hat. Es gibt zwei unterschiedliche Bezüge für auf dem Sofa. Einmal ein Mischgewebe, ein Flachgewebe, in Schwarz und in Hellgrau, klassisch gehalten. Und wir haben Vintage-Wellwertstoff in Senf, Anthrazit und in Moosgrün. Der Sitzkomfort ist von sehr hoher Qualität, durch hochwertig verarbeitete Schäume und beste Bezugsmaterialien. Man muss nicht beim Kauf entscheiden. Man kauft ein Sofa und kann danach in der Flexibilität des Daheim entscheiden, wie es einem in den Räumlichkeiten am besten gefällt. Bis zum nächsten Mal.